Mit dem Wannengummi entfernen Sie hartnäckige Verschmutzungen, Ablagerungen, Metallabrieb und Rotz. Ganz einfach und garantiert ohne zu verkratzen. Auf emaillierten und keramischen Oberflächen. Übrigens ist der Wannengummi auch hervorragend geeignet, um zum Beispiel Metallabrieb auf Fliesen verkratzungsfrei zu säubern. Radieren Sie den Schmutz einfach weg. Wannengummi und Ihr Bad ist reif für den Laufsteg. Original Kramer und Ihr Bad bleibt schön. Untertitelung des ZDF für funk, 2017